wir probieren es mal und vor allen dingen sind wir hier alleine oder gibt es hier überraschungen noch nicht mal dass es hier irgendwie jetzt gegner gibt also gegner im sinne von wegen menschliche gegner sondern auch infizierte von wegen kommt hier diese musik hallo meine meinung nach passiert ist ich habe hier langsam genug ok es gibt hier anscheinend insgesamt vier leute die wir auseinander nehmen müssen gut da haben wir uns entscheidung fast umsonst gebaut weil ich wollte eigentlich damit die leutchen bisschen wegkriegen jetzt gucken wir mal was uns nora erzählt kein mux weg mit dem scheiß erkennst du mich ja du erkennst mich was willst du er wie war hier wo ist sie hin ich weiß nicht wenn du schießt ist sofort ein haufen soldaten hier und du wärst tot sag mir wo sie ist vielleicht lass ich dich gehen wir hätten dich töten soll ja das war euer fehler so wie ein fuß in jackson zu setzen wo ist er wie hörst du ihn noch schreien was ich höre ihn jede nacht ja ja der kleine pisser hat bekommen was er verdient hat das ist du bist du bist du bist du bist du bist Nein! Hilfe! Irgendwann! Nora! Du entkommst mir nicht! Verdammt! Jetzt hast du mich... Ich schieße dir heute, Freunde. Wo ist hierhin? Wo ist hierhin? Halt das! Halt das! Halt das! Halt das! Ja, ja, da... Hä? Doch, hier locken wir sich. Okay. Sorry. Komm schon! Waffen runter da! Scheiß auf die Waffen! Nein, nein, halt! Nein, 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 bitte! Bitte! Zurück! Leg die Waffe weg! Du kannst einfach gehen, okay? Ich will... Halt die Fresse! Waffe weg! Hände hoch! Zurück! Du kannst nicht entkommen. Nein! Halt! ... Oh! 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 Warum ist der Strom an? Ist egal. Findet den Eindringling. Klicker. Nora, keine Maske getragen. Ist mir egal. Vorsicht! Vorsicht! Mach sie fertig! Oh! Oh... 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 Okay, hat geklappt. Wo bist du hin, kleine Nora? Nora! Wo versteckst du dich? Irgendwo musst du da sein. Hm? Wo bist du? Wo bist du? Äh? Du stirbst, ich nicht. Da kannst du sehr viel holen. Hi, Nora. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wo ist Abby? Du atmest, Spur. Du bist es. Hast du eine Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Wo ist Abby, huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen. Das ist deine letzte Chance. Ich verrate meine Freundin, Nick. Jesus. Hein? Hein? Marsch. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ich bin's. Ali. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich hier in diesem Aquarium. Okay. Na komm, wir machen dich sauber. Ich bin's. 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 Sie hat geredet. Hey. Ich will dich nicht verlieren. Gut. Ich will dich nicht verlieren.